Die Geschichte des Köln Der 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 Köln 1678 Er ist ein sehr frischer Organbilder Willemholm Er war ein Dachsgranzer Er war ein Jesuit Er war ein Riepieno Er ist wie ein Dachsgranzer Er ist Der Köln Der Köln Der Köln Der Köln Und dann der Köln Der Köln Er ist Der Köln Er ist Der Köln Der Köln Der Köln Und eine sehr schöne Sache ist das Kornetto. Flauto Nudésima. Flauto Nudésima. Flautino, ein Meter. Flauto Nudésima. Und die Spezzatura ist hier. Wir wissen nicht warum es eine Flautino gibt. Wahrscheinlich, weil sie etwas wie ein Solo benutzen. Und dann gibt es ein Tremolo, das sehr schön ist. Und das Tremolo ist sehr schön. Sehr schön. Und die Trampette sind original. Jetzt sind sie aus dem Tremolo. Bassi und Soprani. Ja. 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 Wahrscheinlich, ich habe etwas. Das ist in Italien. So können Sie Ihre Italien. Aber die Geschichte des Organs. Ja. Ja. Bis zum Schluss. Das ist nur die Seite. Ja. Bis zum Schluss. Das ist nur die Seite. Das ist die Basis des Organes. Das ist diese. Das ist besser, wenn Sie das mit dem. Okay. Und dann hier. Es ist mehr smooth. Das ist eher Flemisch. 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 Weil Hermanns schreibt die Art der Flemisch in der Italien. Und das ist auch eine Kombination zwischen zwei Stylen. Flemisch. Und Italien. Und das ist warum dieser Organe ist sehr speziell. und das ist auch eine Konfliktimmung. So wollen wir auch. Le practitioner haben sie eigenlijk kommen schon. Und hier haben sie selbervag子. Desen immer noch die interesante시eren. Fernen der Flemisch. Ganz natürlich. Dein invent sich dass die Reparte die Zeit nur Sco survive. wird scheinbar sein. Du bist sehr plaque mal. Vielen Dank. Amen. 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 I'm impressed, really. It's a perfect thing. So, it's a very beautiful instrument. Thank you.